Habe ich schon erwähnt, dass wir heute am Familientag halben Fahrweiß haben, ich glaube nicht. So, Karussell ist startklar, ich würde sagen, wir machen's, wir packen das Ganze an da. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen an Bord des Huxen und schnellsten Transporter im Kettenkarussells. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen an Bord des Huxen und schnellsten Transporter im Kettenkarussells. Der Welt, dann wollen wir mal rauf auf die 80 Meter, jetzt geht's aus hier. Ja, wir starten, meine Damen und Herren, hier ist sie die Weltmeinheit auf der Anerkirmes. Das höchste und schnellste mobile Kettenkarussell, der Welt. Ja, Eingehörungsrunde, meine Damen und Herren, erstmal ganz langsam, wocker und flockig. Ich gehe erstmal ganz entspannt, da, yes. Herzlich willkommen. Ja, auf 80 Meter Höhe. Ja, dann vor allem war's. Ich kann mein Haus von hier aussehen. Ja, ich kann mein Haus von hier aussehen. Ach, das ist ein Underschön. Aaaaah, ein Gehörungsrunde hättet ihr euch geschafft, meine Damen und Herren? Jetzt kommt die Zweigehörungsrunde, die flieg in Bord. Ja, ich will sagen, wir gehen das ganze Karussell, die sind immer ein bisschen schneller ab. Und bitte schön, jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Hey, are you ready? I dance you! I dance you! I dance you! Komm noch mal drauf auf die 80 Meter, jetzt geht's uns da! Hasta la vista! I dance you! Ja, wir gehen mal, Alter, aber noch Herren, das ist es, das Glückste und Schätze! Transportabelkette im Karussell der Welt! 80 Meter hoch über Dürer, 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 Dürer! So, dann bringen wir euch noch mal nach ganz da oben, bevor ich fragen will, ah, die 80 Meter hättet ihr die geschafft, ne? Aber was dann passiert, ist wir euch jetzt verbunden, ich weiß es! So, dann würde ich jetzt nämlich sagen, wir kommen zu eurem Finale, ja, aber ja! Jan Schopenhauer All right, Freunde, die vollen 70 km zum Abgewöhnen, jetzt aber der letzte Schuss hier! Ja, hier! Jetzt geht's uns da, ach, bitte schön, die vollen 70 km zum Abgewöhnen, der letzte... ...Schuss! Jetzt geht's uns hier, komm schon, hasta la vista! Was ist das? Alles klar, Freunde All right, okay, wir sitzen zulang nun mal, back to the city. Wir landen, wir halten, zurück zur Vase. Meine Damen und Herren, heute am Familientag mit halbem Fahrt, ich hab mal komplett vergessen, dass du fehlst, meine Güte. Wir landen, genau, wir landen, wir lassen die Bremsen, die Bremsen wieder bremsen, zurück zur Vase. Lalalalalala, könnt ihr hier mein Freund? Ihr habt's geschafft, wir landen, wir halten. Schön, dass ihr da wart, zum Aussteigen bitte an großen Wurzen ziehen an die Bücher nach oben drücken. Hinter links und hinter links, wir werden auf den Seiten jetzt raus.